So jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen sache meine damen und herren sie erinnern sich vielleicht noch vor drei jahren Also vor drei jahren fast vier jahren vielleicht wurde sportreporterin jessica castrop bei einem fußballspiel während sie am spielfeldrand kommentierte von einem ball zurecht am kopf getroffen so daraufhin hatten wir hier in der sendung gesagt wenn das noch mal einem spieler gelingen sollte nicht speziell auf jessica castrop bezogen sondern auf alle sportmoderatoren die dort samstagen und freitagen und sonntagen und montagen an spielfeldrändern stehen wenn das noch mal gelingen sollte dann holen wir ihnen noch mal raus den rab der woche den goldenen rab der woche und letzte woche ist es passiert das finden wir es wirklich eine fantastische leistung die muss honoriert werden und wir freuen uns dass er heute zu uns gekommen ist von bayern leverkusen meine damen und herren philip wolstein bayern leverkusen meine damen und herren Ja, selten oder für den Leverkusener, dass man in Köln so viel Applaus kriegt? Ja, es überrascht mich jetzt auch, muss ich sagen. Ja, wir haben das also gesehen, das war beim Warmspielen, war es Absicht. Komm! Glaubt mir jetzt sowieso keiner, aber es war tatsächlich keine Absicht. Nein, wirklich nicht. Weil du wolltest ins Tor schießen, aus Versehen ist er am Spielfeldrand angekommen, der Ball. Für einen Profifußballer ganz schön durchschnittlich. Nein, da hat ein Mitspieler in der Nähe gestanden und ich habe den Ball mit dem linken Fuß geschossen. Und naja, dann habe ich als nächster Mitspieler anvisiert. Nein, ich wollte schon auf den Mitspieler schießen oder in dem seine Richtung zumindest schießen. Und naja, ich war dann froh, als die Jessica Castrop sich dann umgedreht hat und ich gesehen habe, dass es wenigstens nicht so weh getan hat. Und sie hat dann auch direkt gelacht, hat mir dann auch eine Faust gegeben, als ich hingekommen bin. Da war ich auch überrascht, aber es war, denke ich, beim Großen und Ganzen dann halb so wild. Es dient ja auch ihr. Also ich glaube, alleine die Tatsache, dass sie jetzt schon zwei Bälle an den Kopf bekommen haben, tragen wesentlich zu ihrer Popularität bei. Ja, das mit Sicherheit schon, aber beim ersten Mal hat man es eben noch gesehen, da hat es ja schon übel ausgesehen. Aber diesmal war es ja wirklich nur ein Streifschuss und sie hat auch direkt geschmuckt. Wusstest du eigentlich, dass wir den Preis ausgelobt hatten? Wusstest du, hast du in dem Moment daran gedacht, ah, das könnte, das ist mein Preis? Muss ich ehrlich sagen, habe ich überhaupt nicht daran gedacht, aber ich habe mich umso mehr gefreut. Ich habe bestimmt 20, 25 SMS-Nachrichten am Montagabend gehabt und auch direkt schon auf Video vom Fernseher aufgenommen von Freunden, weil ich es leider nicht live gesehen habe und war ich ganz hin und weg. Das ist sehr verdient, ist sogar mehr wert, glaube ich, für dich als sowas hier, oder? Den habe ich gestern mitgehen lassen, der war ja gestern hier, der Pokal, durfte ich ja nicht anfassen, habe ich aber schnell hinter der Bühne und so. Ja, also herzlichen Glückwunsch, der gehört dir. Es gibt wirklich nur noch ganz wenige davon, ich glaube, es gibt nur noch, neben denen nur noch einen und einzigen gibt es tatsächlich, den wir in Besitz haben. Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Er wird bei mir zu Hause einen Ehrenplatz bekommen, das ist definitiv. Ja, absolut. Ja, jetzt, im Moment geht es bei Leverkusen nicht so richtig gut los. Nach der Hinrunde wart ihr schön vorne auf dem Champions League Platz und jetzt im Moment, was ist los? Ja, das ist schwierig zu erklären. Wie gesagt, in der Hinrunde, da hatten wir am Ende 37 Punkte, waren eigentlich schon mit ein bisschen Vorsprung auf dem zweiten Platz. Und jetzt die letzten Spiele, jetzt die letzten zwei, drei Monate lief es dann überhaupt nicht mehr. Und es ist immer schwer, dann Erklärungen zu finden, wenn man dann nicht direkt das erklären könnte, wüsste man auch, wie man es besser machen kann. Aber, ja, ich denke, in der Situation darf man trotzdem nicht die Leichtigkeit verlieren und man muss, man darf auch nicht verkrampfen. Aber, wie gesagt, es ist ein guter Dinge, dass wir jetzt so langsam wieder auch die Spiele gewinnen werden. Wer ist der nächste Gegner? HSV, Hamburg. HSAU. Wochenende jetzt. Ja, die müssen ja auch unbedingt Gas geben. Das wird wahrscheinlich nicht einfach gegen jemand, der so verbissen gegen den Abstieg kämpft wahrscheinlich. Mit Sicherheit nicht, aber wir haben ein festes Glaube, dass wir das Spiel gewinnen werden. Du hast schon in der Nationalmannschaft gespielt, zweimal. Ja. Naja, einmal bis in der 90. Minute eingewechselt wurden. Ja, zwei Minuten. Aber dann eine ganze Halbzeit noch, oder? Dann eine ganze Halbzeit noch, ja. Ja, ja, ja. Aber leider seitdem nicht mehr und das ist leider im Moment ein bisschen aus den Augen verloren gegangen. Du bist ja noch jung. Naja, 25 ist im Fußball jetzt auch schon nicht mehr ganz jung. Ja, aber wieso? Es gab auch schon Nationalspieler, die viel, viel später erst zur Nationalmannschaft gekommen sind. Siehe Roman Weidenfeller zum Beispiel. Zum Beispiel. Der musste wie alt werden? Ich glaube, der war 2,33, locker ist der schon, ja. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Pokal. Grüßt die Mannschaftskollegen. Du weißt, ich bin FC-Fan, aber der Helm, das hat ja auch eine Weile bei euch gespielt und ist wieder aufgenommen worden. Geht dann auch. Wir könnten noch einen guten Mann im Kader gebrochen beim FC. Wir spielen ja auch nächste Woche, übernächste Woche, überübernächste Woche spätestens, oder überübernächste Woche spätestens, machen wir den Aufstieg klar. Dann sehen wir uns ja demnächst wieder. Davon gehe ich aus. Im Rhein-Energie-Stadion. Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du Spaß mitgemacht hast. Grüßt mir die Mannschaft. Richtig aus. Halter, Äh, Hippie, Äh, und so weiter. Ähm. Und, äh, toi, toi, toi dann für den Rest der Saison. Vielleicht klappt es ja noch, äh, bis, wie viele Punkte sind das denn noch? Äh, ja. Zur Meisterschaft wird es nicht mehr hoch. Nein, nein, aber für die Champions League. Naja, ja, es sind schon, sind schon acht Punkte, ne? Ja gut, also, der dritte Platz ist auch ein direkter Qualifikationsplatz. Ja gut, dann sind es ja sieben Punkte. Ja. Doch schon mal weg. Toi, 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 toi. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Philipp Wollscheid, meine Damen und Herren. Hab dich gefreut, danke. Danke.